Das passiert nicht in neuen Lesionen, das passiert hier. Das ist eine chronische Lesion und dadurch, dass es jetzt innen wieder aufflammt, ist es eine M4-1. Also eine leichte wiederbeginnende Infektion einer chronischen Kuh. Seht ihr jetzt die kleine Lesionen da? Okay, also wenn ihr ein Sprühsystem habt... Wenn ihr ein Sprühsystem habt... Also wenn ihr ein Sprühsystem habt... Also wenn ihr mit der Buckelspritze durchläuft oder im Merkstand sprüht und die Belastungsklaue ist so stark wie sie hier ist, werdet ihr in diesen Bereich nicht reinkommen. Und wir machen das Überschuss nachher. Okay, aber jetzt werden wir sie schrauben und wir werden auch die Hylkerroosie schrauben. Entfernen wir die Ballenfäule? Du kannst ein wenig Hylkerroosie haben ohne die D. Aber die severen Stagen, wie diese, werden die Krankheit verursacht. Also die Ballenfäule ist... Also der Mortellaro ist der Wegbereiter der Ballenfäule. Dadurch, dass der Mortellaro hatte, hat sich der Ball nachher auch durch diese... und der Infizierten. Okay, now I'm gonna trim that one. And I'm gonna trim it like you saw in the... In the presentation. Er schneidet jetzt so wie er's in der Präsentation in der Zeit kriegt. Okay. That one cuts very well. That knife. Mmh, that's sharp. Okay, now I'm gonna reduce the height of the lateral a little bit. Er reduziert jetzt die Höhe der Belastungsklaue. Der Außenklaue hinten. Okay. And the smooth... The more smooth that you do this trimming, the better for the cow, so... And the eleganter, or je saft besanster... So it needs to be something very soft, okay? Also der Übergang... Der Übergang sollte net kantig sein, sondern du wolltest einen glatten Übergang. If there is no other lesion, I tend to believe a finger to use the... to use the heel. Well, that's too much for today. Don't worry. That's too much. So here is another place where it was an old lesion. And that schneidet er weg. You see that there is a hemorrhage in there. There is blood in there. So I know that it was a DD there too. Anyway... So that's finished. And that's now. This heel is higher than the other one. And now this heel is high as the other one. And I have a space here inside. Und er hat ungefähr einen Fingerplatz zwischen ... Schau an das Licht. Okay? Gut. Jetzt guck mal noch mal, wenn Druck draufkommt, wenn die Kuh auftritt, was passiert mit dem Zwischenglauenspalt. Er öffnet sich. Was passiert? Ja. Er öffnet es, ja. Okay, so now, with the trimming, you change the behavior of the foot. Mit dem Schneiden verändert man das Verhalten der Klaue des Fußes. Jetzt kann die Gülle wegkommen in dem Moment. Bei jedem Schritt wird der Zwischenglauenspalt geöffnet. So imagine that you implement a system like this in your dry cows. Then you're gonna have an automatic prevention of what's gonna happen. Wenn ihr das in eure kontinuierlichen Abläufe mit den Trockenstehern macht, also zum Trockenstellen die Behandlungen macht, habt ihr dann eine Routine, die das kontinuierlich verbessert. So some people are very worried that we go too deep here? Manchmal haben Leute Angst, dass man zu tief schneidet. How much time will it take in your farm to fill this flat? Four weeks. Also vier Wochen ist der Zwischenglauenspalt, also der Entlastungsschnitt wieder... It doesn't last too long. So we need to go very deep. Wir müssen relativ weit reingehen, damit wir mehr Zeit gewinnen. Okay, and here we are also protecting against Sohlonsers. Also hier schützen wir das Tier auch vor einem Sohlengeschwür. Also das ist der typische Druckpunkt, wo der Beugeknochen durchkommt. Und da haben wir die Läsionen. Und wenn wir das hier so weit auskehlen, dann können wir ungefähr vier bis sechs Wochen gewinnen. Okay, so before somebody asks, how much are you gonna trim that one? Okay, so it's the right length or already? Eben bei der anderen Gruppe hatten wir das Gespräch über die Länge der Innenklaue. Sie hat hier die richtige Länge von 7,5 cm. And even if it's the lesion is not too severe, she had a lesion days ago already, because we see the old print. Auch wenn das jetzt nicht so auffällig ist, dass hier die Läsion aktiv ist, irgendwas ist da vorgefallen, irgendwas fängt da an aufzublühen. Weil sie hier hinten den Schmerz ein bisschen abmildern wollte, hat sie vorne so ein bisschen den Fuß gelupft. Und das seht ihr daran, dass vorne die Klaue ein bisschen abschlauft. Sie möchte den Schmerz im Ballenbereich verhindern und trifft deswegen vorne ein bisschen auf die Spitze. Das schneiden auf der Innenklaue ist damit beendet. Wenn es die richtige Länge ist, dann ist es auch die richtige Sohlen-Dicke. Und wenn es die richtige Sohlen-Dicke ist, wie viel Sohlen kann ich entfernen? Alles was wir nicht wegschneiden ist gewonnen. Nichts. Also das ist alles was ihr braucht. Und hier kannst du es exagerieren. Ist das hier? Nein. Weil ich brauche die größte Sohlen, die ich kann, um den Klaue zu unterstützen. Und es ist sehr vermutlich, dass ich eine Lesion in diesem medial Klaue habe. Also es ist relativ unwahrscheinlich. Die Frage ist immer, ich habe es auch so gelernt, mehr Hohlkehlung machen auf beiden Seiten. Bis zu zwei Drittel wegnehmen. Aber die Amis schneiden mittlerweile so, dass sie sagen, maximale Dicke der Innenklaue stehen lassen, um möglichst viel Aufstandsfläche zu bieten. Weil wenn Läsionen auftreten, dann auf der Belastungsklaue, nicht auf der Maßklaue. Ich hätte jetzt nur das große Horn weggenommen. Sie würde das große Horn weggenommen. Ja, okay. Every time, it's fine. I could take this a little bit out. But what's the reason? If I do it with a knife, I can do it with a grinder. Mit der Flex. If you try to take this, you most likely you're going to take one millimeter of the hill. In dem Moment, wo ihr die Flex ansetzt, werden wir einen halben Zentimeter da Material wegnehmen. Und dann ist es schon wieder zu viel. Ja, ja. Das bräuchte sie eigentlich an Höhe. Okay, now we're gonna trick that one. Das behandeln einfach nur mit Blausprich. We don't need a wrap or anything, because it's an M1, right? Unnötig hier einen Verbann zu wickeln, weil es ein M1 ist. And here is not too bad. Some went into the hole, but I think that is because we were opening before. Etwas ist in den Zwischenglauen Spalt reingelaufen. But look, the lesions that we want to treat, they are not covered with the spray. So if you have a spray system, you better have very healthy cows. In dem Moment, wo ihr anfangt mit einer Buckelspritze zu arbeiten, müsst ihr gesunde Kühe haben. Okay. Wenn ihr viel Mortellaro habt, macht es mehr Sinn, die Buckel zu schneiden. Ja, das wäre ideal. In diesem Fall... Warm air. Cool. 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 Cool.